Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Zitrone 79. Ich weiß nicht, wie viel der Aufnahme heute schon geschehen ist, aber ist so. Heute mal wieder ein Video von wegen Einsamkeit hinterm am PC, wegen Corona und hast du nicht gesehen. Leute, es gibt so viele Möglichkeiten, was man hier in Second Life alle machen kann, außer dieses Ganze, wie die Videos vor 10 oder 20 Jahren hochgeladen worden sind, von diesen ganzen Pixel-Geschichten. Ja, es gibt natürlich, kann man hier in Second Life auch ausleben, seine ganzen Sex-Gedanken und hast du nicht gesehen, aber das ist nicht meins. Und wenn, dann tue ich's natürlich logischerweise auf eine Art und Weise mit meinem Schatz zusammen jetzt und nicht mit irgendjemand anders da, wenn's mir danach ist, wie auch immer. Aber das ist nicht, das ist jetzt nicht, das ist natürlich jetzt nicht, nicht so mein Anstreben darauf, das auszuleben in der Öffentlichkeit. Man kann hier, man kann hier in Clubs gehen, man kann sich mit Leuten unterhalten, die im Club auflegen, mit DJs, mit Hosts, was auch immer, mit anderen Leuten. Und hinter jedem Avatar kann natürlich sein, dass es verschiedene, mehrere Avatare, schon von einem, ich möchte mich nicht ausschließen, ich hab natürlich auch mehrere Avatare. Es gibt natürlich auch Leute, die haben nur ein Avatar, also man soll nicht immer hinter jedem Avatar, der steckt, meistens immer denken, es ist noch ein, es ist, da steckt eigentlich noch irgendwo ein Zweit-Avatar dahinter. Kann sein, muss aber nicht. Und wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, was man hier in Second Life alles so machen kann in der Corona-Zeit. Und, hallo, in Second Life kann man sich nicht anstecken von wegen Corona. Na, mein Schatz? Häh, schüttel, was für dich? Du bist doof. Kleiner Spaßvogel bin ich auch noch dazu noch, obwohl die Corona-Zeit existiert, schon schlimm genug, dass wir schon Kontaktsperre haben, oder Kontaktsperre nicht, also eine Kontaktbeschränkung nennt sich das ja. Richtig. Man darf sich, man muss Menschenansammlungen in Realleben halt meiden, nur halt rausgehen, wenn du es möchtest, ein bisschen verschlossen hast, ein bisschen einkaufen gehen, kann man gerne machen, alles gut. Aber manchmal seht man sich doch auch noch nach richtigen Massen, nach richtigen Massen, wo man richtig schön, ne, wie man Schatz immer gerne sieht, wie man Schatz immer sieht, ich weiß, dass du das hast, so Body-Contact-mäßig, ne. Irgendwo vermisst man das. Irgendwo vermisst man das irgendwo. Na ja, Second Life bietet halt Möglichkeiten, das zu umgehen. Es ist aber alles nur eine Pixelshow, ja, das ja. Aber hey, vom Gefühl her, von der Psychologie her, magst den einen oder anderen vielleicht helfen über die Corona-Zeit? Richtig. Und nicht nur über die Corona-Zeit. Es gibt auch viele, mit denen ich mich sonst die ganze Zeit immer unterhalten habe und haben dann gesagt, oder wie in meinem Fall, ich zum größten Teil immer Second Life angesehen habe und sehe es eigentlich, habe es die ganze Zeit angesehen und momentan sehe ich es natürlich viel, um meinen Schatz natürlich virtuell zu treffen und mich mit ihm zu unterhalten und machen und tun. Ähm, natürlich gibt es auch die Plattform für Singles, ne. Hallo, ihr Singles da draußen. Äh, meldet euch bei, äh, bei Second Life an. Versucht erst... ...Heiratsangebote und bitte Geld, bitte, bitte zu mir. Moment, ich muss erst mal was tun hier. Kann man nämlich auch so schön tun, ne. Hier, Arschlopp. Ja, man kann, man kann natürlich jemanden verdreschen. Der heißt, das Ding heißt Spengen. Man muss es natürlich erst nur mal auch anhaben, ne. Man kann es aber auch übertreiben. Es gibt natürlich auch, muss ich, muss ich auch ein bisschen, äh, äh, viele, äh, die, die, äh, ne, das hab ich, ich hab nicht allen Scheiß an. Ähm, ähm, denn, dass man, ähm, ähm, dass man, äh, zum Beispiel, wie jetzt Schatz hingeschrieben hat im Chatfall, dann wär ich hingefallen oder so. So, da fällt man dann so, so allen möglichen, möglichen Triss, was eigentlich kein Mensch großartig braucht. Ähm, 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 wo man, wo man hinfällt und hat man nicht gesehen. Ne, ne, also so ein Spaß halber irgendwie machen kann. Aber man kann es auch übertreiben. Denn Mensch neigt auch auf eine Art und Weise auch dazu, muss ich auch ein bisschen Kritik in Second Life machen, ähm, ähm, an übertreiben. Wenn man zum Beispiel den Speng anhat, dann muss man da draufhämmern, bis zum, wie, wie es mein Schatz gerade macht, ne, draufhämmern, bis der Arzt kommt. Man kann es aber auch dann nur machen, wenn es passt, ne, man, man kann es auch einfach, ja, Schatz muss natürlich wieder mal übelst übertreiben, ne, und, ähm, dann passiert es natürlich, dann hat er irgendwie, was weiß ich, Teleport oder was auch einmal für einen Triss an, wo er sich dann, ähm, 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 wegteleportiert, ähm, und, ähm, dann, äh, der bringt mich richtig außer Konzept, aber egal, das will er ja so haben. Ähm, dann, äh, Das Ziel übrigens ist, die Mädels aus dem Konzept zu kriegen. Richtig, das schafft ihr Männer immer. Weil ich halt so gut, weil ich halt so scheiße aus sehe und so ein Heißpilafone bin, ne? Äh, das ist, das ist, das ist, gut, Einbildung ist auch eine Bildung und, ähm. Ja, das bilde ich mir jeden Tag ein. Und, ähm, ja, und, ähm, wie gesagt, es gibt hier so viele Möglichkeiten, was man machen kann, wie zum Beispiel, ähm, auf, es gibt ja diese Plattform, äh, Flick, wo man, äh, die Fotos zum Beispiel, ähm, hochladen kann, wenn man zu verschiedenen Sims sich besucht hat oder sonst. Wie würde dazu, ähm, viele, ähm, man müsste dann halt Second Life aufhaben, man müsste halt ein Braut aufhalten. Eine Alternative zum Flick, ähm, wäre halt Second Life selber, ich kann's mal gerne mal zeigen, ne? Wenn man jetzt mal so auf dem Profil rauf geht, dauert halt wieder mal ein bisschen, na klar. Aber natürlich bietet allen eigentlich auch Second Life auch mal so ein bisschen in diese einzelnen Profile mal ein paar Bilder reinzumachen, ne? Sieht halt immer geil aus. Richtig. Auch meine Schandtaten sind auf meinem Profil auch mal ein bisschen so, äh, bisschen, äh, so, so, so verteilt, ne? Also, wer sich mein Profil mal angucken will, kann das gerne mal tun, ne? Auch meine Schandtaten müsste ich, glaube ich, drinnen, drinnen haben. Ich müsste mal grad mal gucken, ob meine Schandtaten drinnen sind. Ja, deine Schandtaten sind drin, mein Schatz. So, damit das, wie gesagt, damit das YouTube jetzt... Das Ding zum Beispiel hier, ne? Äh, äh, von wegen, äh, Männer lieben ja geile Ärsche, ne? Also, das war ja, ist jetzt mal so ein, äh, so ein Foto gewesen, ne? Wo wir auf Party waren, wo wir zwei Mädels da waren, ne? Eines davon war mal meine Ex-Frau, leider. Äh, und, naja, da hat jemand gesagt, okay, ne? Kette steht auf Ärsche, da haben wir Ärsche. Äh, 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 was soll ich jetzt daraus beziehen auf leider? Ja, mit wem bin ich jetzt zusammen? Ja, bist du jetzt glücklich zusammen oder, oder, oder nicht glücklich zusammen, weil du gesagt hast, leider, ne? Kann man auch wieder so hochziehen als Frau, kann man wieder auch anders da sehen, wie dir Männer das eigentlich jetzt sehen, aber egal. Ähm. Ich sag's mal so, ich nenn's mal vorsichtig beim Namen. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich hab nichts dagegen, wenn sich Leute hier im Center Park kennen, ist mir auch passiert, mein Gott. Ne, das passiert jedem, kann passieren, muss nicht sein. So, äh, wenn's halt mal passiert, ne? Ja gut, dann sollte man sich auch Müll geben und auch in Kontakt zu bleiben. Aber wenn man von heute auf morgen, sag ich mal, den Kontakt abbricht, dann kann ich denjenigen aber auch nicht helfen. Das stimmt allerdings auch, ne? Und, ähm, es gibt natürlich auch viele Situationen, wo man, wie im richtigen Leben eben auch mit den, ähm, Ex-Partnern, ähm, ähm, beste Freunde draus geworden ist. Ne? Wo man sagt, hier, es passt als Beziehung nicht, aber es passt als Freundschaft. Und, ähm, das ist eventuell auch in vier verschiedenen Situationen, ähm, so. Ne? Sollte man eventuell auch nicht ganz, ähm, außen vor, ähm, jetzt hinten, hinten dran lassen. Aber es gibt natürlich auch wieder viele, die sagen, äh, Second Life ist scheiße, ih, das ist da und hat über, über Second Life irgendwas anderes zu diskutieren und zu meckern. Aber das gibt's in jedem Spiel. Ob man's jetzt Neverwinter sieht oder Atlas, jeder hat irgendwo anders, irgendwas an rumzunörgeln. Ne? Aber, ähm, die Corona-Zeit bietet jetzt auch die Möglichkeit, sich mit einem normalen Laptop, ähm, mit den einfachen Mitteln, äh, sich in, in, in Firestorm runterzuladen. Die Links mache ich natürlich unten bei dem YouTube-Video mit bei, wo man, wie man an Second Life kommt. Ähm, und so weiter und so fort. Man, man kann so vieles machen in Second Life. Äh, äh, in Second Life, wie gesagt, ist nicht ansteckend, äh, ist schon ansteckend, süchtig ansteckend eventuell. Aber, ähm, ist positiv, äh, positiv süchtig in meinen Augen. Ähm, aber, ähm, man kann natürlich hier auch, ähm, von, von wegen Süchtigkeit, man kann auch hier Geld verlieren, ne? Wenn man's aufgeladen hat, gibt es hier auch Situationen, wo man, ähm, so eine Art Bingo machen kann, ne? Und da muss man in diesen Automaten Geld reinstecken, damit man, äh, spielen kann. Ja, da kann man auch, da sind auch, haben sich auch viele Leute dadurch auch RL verschuldet, ne? Es gibt aber auch viele, die machen hier Blender und was auch immer und bezahlen sich dadurch die Mieten im, im richtigen Leben. Also es gibt Höhen und es gibt natürlich überall auch Tiefen, ne? Ich kenne einen, den, den hab ich von Anfang an, der kommt aus der Schweiz, der, ähm, der Finanz, äh, macht hier, hat hier Autos oder was immer designt und, und Skripte und hast du nicht gesehen. Der, der macht, äh, der tut dadurch, ähm, ob's jetzt noch funktioniert, weiß ich nicht, aber zu Hochzeiten von, 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 von Second Life haben sich viele dadurch, äh, das Geld wieder zurück, äh, zurückgemacht auf dem richtigen Konto und haben dadurch ihre Miete bezahlt oder, oder das Leben finanziert. Ne, wie jetzt viele sich, äh, auf Twitch, ähm, dieses Leben finanzieren, aus welchen Gründen auch immer, aus verschiedenen Ecken, so kann man das hier durch den Second Life auf eine Art und Weise auch tun, ne? Aber, ähm, nicht mehr, also der Markt ist schon richtig, richtig fett überlaufen. Ja. Es gibt nichts, was, äh, es gibt wirklich nichts mehr, was es nicht mehr gibt im Second Life, äh, von daher, ne, der Markt ist da eher ein bisschen dürftig. Und deswegen beschränke ich mich ja zum Beispiel auf nur das Wesentliche, ne, ähm, hab mal kein, ich hab das mal versucht, mal eine kleine Nahaufnahme mal von mir zu bringen, weil du hast es angesprochen, so ein bisschen Kreativität mal zu zeigen, ne? Dass die, die, die Tattoos, die man zum Beispiel auf, auf meinem, auf meinem Body sieht, ne, das ist, das hab ich mal zum Beispiel gemacht. Wagen wir halt mal so, versuch mal so ein schönes Tattoo zu machen, das sieht zwar noch nicht so perfekt aus. Richtig, zum Beispiel, die kann man machen, Tattoos, alles das, was man für, äh, für Mesh-Bodies, das, was jetzt Second Life, ist, wie es jetzt ist, war natürlich, wenn, wenn, wenn's die alle nicht gegeben wären, dann würden wir nur noch hier, ich hab mal vor, was weiß, äh, hab ich jetzt gar nicht kennengelernt, das war noch, da, äh, stand, hab ich gedacht, das wäre ein Urmensch vor mir. Da hat einer eingeloggt, sich vor 10 oder vor 15 Jahren oder wann, wann Second Life rauskam, hat er sich eingeloggt und, und, und dann nie wieder, ich hab gesagt, das ist ein Urmensch, die, stände neben mir vom Avatar an her. Ähm, die machen und tun, ja, es gab auch mal die Plattform Sansa, wer die kennt, die gibt's ja nicht mehr, die gibt's vielleicht noch, aber bald nicht mehr, die wird verkauft. Das war so eine zweite Plattform, wollte sich Second Life da eine zweite Plattform hochmachen, aber, äh, ist halt aus verschiedenen Gründen auch nix draus geworden und ganz ehrlich, ich bin da auch nicht mit zurechtgekommen. Mit dem, mit dem Sansa, äh, Püppchen, sag ich immer, oder Avatar, wie man dann so, so schön sagt, bewegt und macht und tut. Ja, wie man gesagt hat, es gibt ja noch mehrere Plattformen, nicht nur Second Life, ne, also ich mein, äh, aber ich mein, wenn man schon so eine Plattform hat, ne, wenn die Technologie, unsere Technologie schon so weit ausreicht, äh, dass man sowas machen kann, ne, gerade in Corona-Zeiten, wo jetzt die Politik sagt, ne, Jürgen, habt ihr jetzt mal Ausgangssperre, ja, aber von anderen hat keiner was gesagt, ne? Richtig. Und, ähm, das ist auch, wie gesagt, so eine, weil man, weil man ja überall gehört hat, ja, auf YouTube ist diese, äh, eine bestimmte Rate runtergesetzt worden vom Internet. Ihr braucht für, äh, für, äh, für Second Life nicht die großartigen, äh, teuren PC haben. Da reicht ein guter Laptop für und, äh, ihr könnt, äh, äh, alles da auch machen, wie wir hier jetzt am PC auch machen. Ne, es gibt natürlich auch viele, die, ähm, ähm, Second Life auch, ähm, ähm, senden, wie wir beide hin und wieder tun, äh, ein kleiner Gruß geht raus an die Villa, ne, die es auch schöne Projekte machen und, ähm, auch, äh, noch weiterhin machen werden, ähm, was ich natürlich auch, äh, sehr gut finde und es gibt auch noch, äh, verschiedene andere, die noch, äh, Videos hochladen, äh, oder auch hochgeladen haben und machen es jetzt nicht mehr auf YouTube, ähm, gibt es natürlich auch viele. Aber, ähm, hey, äh, immer schön, äh, weitermachen und so weiter und so fort. Es gibt genügend Leute, die sich vielleicht irgendwann mal mit dem, mit den Videos auseinandersetzen. Es, ähm, gibt natürlich auch Leute, ähm, muss ich auch ein bisschen Kritik an meiner Seite da lassen, die, äh, einfach nur das Video angucken und schreiben nichts runter, weil sie irgendwie Angst, äh, irgendwie Nachteile oder was auch immer sehen. Aber das, äh, hilft, würde mir sehr, uns beiden sehr gut helfen für negativen Sachen oder natürlich auch sehr für positive Sachen, ne, ob gefällt oder gefällt mir, ob, äh, lasst einfach, wie gesagt, entweder mal gefällt da, hier, gefällt uns da, nicht oder so, einfach mal so da. Und schreibt mal Kommentare drunter, damit wir auch, äh, wissen, wie auch immer. Und, ähm, hey Leute von, von meiner Seite aus, ihr müsst euch jetzt einfach mal dran gewöhnen, dass Zippo Reno, mein Mann, in, in Second Life ist. In RL, äh, 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 Quatsch heißt natürlich, nur mal ist nicht, sind wir halt zusammen, ne, sind wir nicht, nur nicht verheiratet, aber wir sind hier in Second Life, haben wir halt, ähm, geheiratet, weil ich das unbedingt mal, äh, auch nicht, äh, also ich wollte es mal erleben, erlebt haben. Und, äh, natürlich mit demjenigen, äh, wie es auch im richtigen Leben ist, wo man natürlich hofft, äh, auch jahrzehntelang, wie auch immer, zusammen zu sein. Es gibt natürlich auch, ja, es gibt natürlich auch Männer und, und, nein, und Frauen, äh, äh, gibt natürlich, äh, Frauen und natürlich auch Männer, die, äh, nach der Hochzeit hier in Second Life, äh, dann unbedingt mit einer anderen fremdgehen müssen, wie auch immer. Es gibt natürlich auch da Arschlöcher unter uns, aber, ähm, wie ich sage, äh, nicht nur von, von uns, von den Männern auch, von uns Frauen Seite her, äh, möchte ich mich jetzt mal nicht so, äh, hochheben, dass ich, dass ich, äh, in meinen, dass wir Frauen gut sind, ne, also wir, wir Frauen können auch, äh, wir, wir Frauen können da drin auch gemein sein. Und, ähm, aber das ist, ihr könnt da gemein sein, ihr seid da gemein. Oder sind halt auch gemein drin, ne, ja, aber das muss man ja jetzt nicht, nicht hochschaukeln. Ähm, muss man nicht. Man muss ja mal wegkommen von diesem ganzen negativen Scheiß. Aber da du ja die Hossa jetzt schon erlebt hast in Second Life, ne? Ja. Können wir uns dann wieder scheiden lassen? Äh, nein. Nein. Ja, siehst du, und du, 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 du meinst, das wäre Spaß und andere, die dann zu sehr alles ernst nehmen und so nehmen, das dann natürlich jetzt wieder als ernst auf, ne? Ähm, äh, da muss man, da muss man, da muss man immer aufpassen. Ich sag mal so, ich bin ja auch einer, der die Sachen auch mal hin und wieder mal ernster nimmt als normal. Äh, äh, aber zu ernst ist jetzt auch nicht gerade so gesund. Richtig, richtig. Ich bin halt einer, ich bin halt einer, der mal ein bisschen auch mal sein Späßchen draus macht, ne? Viele sagen, haben mal zu mir gesagt, so wie ich mit Frauen umgehe, das ist Wahnsinn, dass überhaupt eine Frau bei mir bleibt. Ich sag mir immer, selbst schuld, wer es tut. Okay, ich bin dann mal weg. Äh, äh. Also, ne, also, äh, ich bin wieder Single, äh, also, wo? Nein. Äh, ich, äh, ja. Ähm, ähm, dieser Mann bringt mich immer aus dem Konzept, aber das ist, das will er ja so. Ähm. Ja, das will ich so. Ich bringe gerne mal halt Frau mal durcheinander. Und, naja, gerade in der Corona, in der Corinna, ja, ne, in der Corona-Zeit, Ausgangssperre herrscht in Real Life, also hat niemand was davon gesagt, dass man sich dann, äh, zu Hause verbarrikadiert, sag ich mal, wie es einige vielleicht tun oder auch nicht. Ne, aber jeder Mensch braucht Kontakte, der braucht irgendwie ein Umfeld, mit dem er sich noch unterhalten kann. Und glaub mal eins, ne, wenn du eine Mitbewohnerin hast, die bestimmt nicht auf den Sack geht, äh, da ist die Corona die Hölle, ne, äh, da ist schon, für diejenigen, die sagen, äh, ist Corona mal vielleicht die Hölle. Ja, bei dir, wie gesagt, bei dir ist es die Mitbewohnerin, wie viele wissen, und du auch, ich bin, ähm, alleinerziehendes Kind, da ist es auch für... Ich bin alleinerziehendes Kind, alle klar, alle klar. Einzelkind, Einzelkind, Mensch, Einzelkind. Ah, also ich bin ja, wie gesagt, wie man, wie man, viele ja wissen, dass ich Einzelkind bin, ja, jetzt wird wieder gesagt, Einzelkind kriegt alles in den Arsch geschoben, das stimmt natürlich jetzt nicht, äh, und will ich auch gar nicht. Ich hab, ich hab einen Scheiß, ach übrigens, wo bleibt eigentlich mein Taschenbild? Äh, ist noch in Arbeit. Deine Wiese an mich wird's völlig. Nee, Quatsch. Es ist auch mal so ein kleiner Spaß, sag ich mal, aber worüber wir hinaus wollen, ist, dass eigentlich viele Plattformen im Internet kursieren, ne, wie zum Beispiel Second Life, Sansa und hast du dir ja alles gesehen? Es gibt diverse Chats, wo man halt in Kontakt bleiben kann, es gibt Facebook, es gibt Instagram, es gibt, ähm, WhatsApp oder was weiß ich nicht alles, ne, also man kann in Kontakt bleiben, man kann die Technologie, die man hat, zur Verfügung hat oder die Programme, die man zur Verfügung hat, sinnvoll nutzen. Gerade in Corona-Zeiten, wo einige sich vielleicht zu Hause ein bisschen langweilen und sagen, äh, ich brauche mal wieder ein bisschen was an, kontaktmäßig, ja, für den wäre vielleicht Second Life was. Probiert's einfach mal aus, ne, weil noch schlimmer als Corinna und sich alleine zu Hause vereinsam, äh, das geht doch nicht. Ja, richtig, richtig. Und ich sag's ganz ehrlich, von meiner Seite aus, wenn ich das alles jetzt nicht hier hätte, ich wüsste nicht, ob ich auch so einen ganzen Tag, äh, vorm Fernseher verbringen, wie ich mein, wie ich persönlich, sag ich ganz ehrlich, mein Alltag verbringen würde oder könnte, wie auch immer. Äh, äh, für mich gehört Internet dazu, für mich gehört natürlich jetzt schon seit einem Jahr mein Schatz an meiner Seite, wo ich sehr glücklich bin und, ähm, ihn da darüber natürlich auch kennengelernt zu haben und, äh, ja, ähm, aus einer, es kann ja auch aus einer Freundschaft wie bei uns eine Beziehung werden, es muss aber nicht unbedingt, äh, man kann sich mit Leuten unterhalten und was auch immer in Second Life tun. Also, damit das Video sich jetzt nicht wirklich so arg in die Länge zieht, also, ähm, ne, wie gesagt, guckt uns mit zu auf Twitch, Zeppurino04 und, äh, mein Name ist da, Zitrone7911, aber mich würde erst einmal mehr freuen, wenn dir mein Schatz ein bisschen mehr mit zuguckt als wie mir, weil, ähm, mein Schatz soll auch ein bisschen nach oben kommen mit den Follows. Lasst ein Abo da bei mir und bei meinem Schatz, das tut nicht weh und auch ein Follower bei, äh, Twitch sich anmelden, das kostet auch nichts, das kostet nur eine E-Mail Adresse, äh, sich ein Anmelden und Passwort, das kann man sich irgendwo aufschreiben und dann geht man oben auf Suchen, sucht dann Zeppurino04 oder in meinem Fall Zitrone7911 und lässt dann überall auf beiden Seiten da mal ein Herz oben da, das heißt auch folgen und das tut nicht weh. Das tut keinem weh, das kann man in der Corona-Zeit auch mal überstehen, ne, und, äh, und Second Life sich runterzuladen, im, äh, Firestorm, wie gesagt, tun wir auch nochmal alles verlinken, ich gebe auch nochmal Seiten mit zu, wo man gucken kann nach Gruppengifts und so weiter und so fort, die Einlog-Seite von Twitch tue ich auch nochmal unten drunter verlinken und so weiter und so fort. Also guckt, also guckt. Also alles wird verlinkt und das Wichtigste wird natürlich, natürlich vergessen, ne, Wichtigste in der Corona-Zeit natürlich, ne, okay, jetzt muss ich mich jetzt nicht hinzuhören und sagen, ab, klatschen mal alle gar in die Hände, das wäre ein bisschen Schwachsinn, aber, äh, zumindest mal, äh, ein fettes Danke an diejenigen, Pflegepersonal, Pflegebedürftige. Pflegebedürftige, ne, also alle, die jetzt noch im Krankenhaus arbeiten, die wirklich noch mit Corona zu tun haben, die jeden Tag da immer bangen müssen, äh, um sich eventuell nicht anzustecken und so weiter und so fort, ne. Haltet durch, Leute, die Corona-Zeit, die geht auch wieder vorbei. Richtig. Ne, und da wird man es euch danken. Und meine Arbeitskollegen, wo ich momentan ja nicht, äh, sein kann, äh, wie man ja weiß, ich arbeite in der Lebenshilfe, also Leute, auch gut ihr da, wenn ihr mir zuguckt, ne, weil ich ja auch da hin und wieder sage, hier, ich mache YouTube-Videos und so weiter und so fort, auf Twitch, wie auch immer. Ähm, die Leute, ähm, die Leute, die in der Lebenshilfe arbeiten, hohen Respekt davor, wenn sie im Wohnheim oder was auch immer arbeiten müssen zur Zeit, also, wie gesagt, oder auch, ähm, dem Beruf, was ich gelernt habe, eigentlich Verkäuferinnen, so viel Toilettenpapier, äh, kann man gar nicht, äh, kann man gar nicht, äh, kaufen für die Doofheit oder Rauchen oder was auch immer, so viel Doofheit, wie die Menschen momentan da oben im Kopf sind mit Toilettenpapier, aber das ist was anderes. Es ist ein Reflex, es ist ein Reflex, die Leute, ähm, es ist halt ein Reflex, die denken sich, oh Gott, Krise, ich muss mich, ich muss mich einbrunkeln, ich muss mich das und diesen, das und jenes, äh, gut, warum ich jetzt gerade Toilettenpapier getroffen habe, das weiß keiner so genau, ne, also, äh, naja, lasst uns das mal so verstehen. Okay, ihr Lieben. Also, ich kann so viel Toilettenpapier nicht rauchen. Genau. Okay, also, in diesem Sinne. Toilettenpapier. Bis die Tage, eure Sandy und Zeppurino 04 oder auch Zeppurino genannt. Okay, Reike hauen. Tschüssi Kopsi. Ihr Lieben. Untertitelung des ZDF, 2020